So, Tabellen-Update, Düsseldorf. Erster Platz, Bruder, jetzt. Mir geht's haja. Gucken, wie lange. St. Pauli. Zweiter Platz. Ey, machst dir vernünftig meine Füße. ASV, welcher Platz? Dritter Platz, zieh eure Getränke. Dankeschön, und jetzt gehen wir eine Wäsche machen. Typisch Hamburg. Gertha, was ist mit dir, Junge? Ist gut, ich bin nur fast ertrunken. Ne, schade. Schalke, was ist mit dir? Jalla. Patrick und Aldiga. Was, Junge, ich kann dich nicht verstehen, du bist am ertrinken, spring mal deutlicher. Hör mal, kann einer den Haffeln mal retten? Ich hab meine Badhose vergessen. Kein Problem, mir die ziehen bei. Hey. Das hätten wir nicht retten können.